Der Roland Juno 60, ein populärer analoger sechsstimmiger Synthesizer aus dem Jahr 1982. Verwendung fand der Roland Juno 60 bei Musikgruppen wie The Cure, Faithless, Vince Clark, Flock of Seagulls, Howard Jones, Eurythmics und vielen, vielen anderen Vertretern elektronischer Populärmusik. Wir hören jetzt einen flächigen Sound des Roland Juno 60, der im Achtung-Alpha-Lied There's a Light That Never Goes Out Verwendung fand. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020